hallo leute schön dass ihr wieder dabei seid mir ist jetzt ein bisschen was doofes passiert und zwar ich wollte auf aufnahme drücken jetzt habe ich hier diesen diesen drift contest habe ich bestanden mit platz 1 und habe vergessen auf meinem aufnahmeprogramm richtig einzustellen hat jetzt natürlich nichts aufgezeichnet ist natürlich sehr ärgerlich aber ihr habt nichts verpasst ich habe mich sehr doof angestellt aber das sollte jetzt passen jetzt gucken wir uns einfach mal die wiederholung an ist einfach besser als nix würde ich sagen ja dann wünsche ich euch viel spaß jetzt in der zeit trinke ich ein bisschen tee ich habe mir da so einen tollen weihnachtstee gekauft der ist so lecker das ist um brandapfel zimt die ganz lecker war total der hat so ein bisschen eine ähnlichkeit mit ich möchte ein bisschen nach lebkuchen finde ich ganz lecker also kann ich nur so ein bisschen lebkuchen bisschen ja halt so weihnachtsgebäck genau ja also hier in diesem contest habe ich mich sehr sehr doof angestellt irgendwie aber es hat dann zum glück am ende doch funktioniert also was jetzt genau ich da falsch gemacht habe vorher wusste ich nicht aber es hat auf jeden fall zum schluss ausgereicht um platz eins zu belegen da ich bin fertig wie ihr seht leute so das war jetzt ein sehr kurzes video aber moment mal jetzt gucken wir mal was ich an cash bekommen habe weiter ja 5000 öcken super spezielle dritt veranstaltung gut jetzt haben wir über 5000 dann gehen wir mal zum ersatzteile shop den habe ich den bräuchte ich aber den da habe ich nicht die knete für aber ich könnte den motor ein bisschen modifizieren jetzt passt mal auf ne da reicht wieder die knete nicht schade ne da reicht auch die knete nicht luftfilter ok da habe ich schon den besten leute wisst ihr was ich lasse es jetzt einfach mal so die temperatur der kühlflüssigkeit obwohl das ist jetzt sportkühler sind rennkühler dann immer rennkühler ja was soll's wenn ich den wagen schon tunen soll auch richtig getunt werden fertig natürlich nicht mehr herum und machen wir gleich richtig dann ist zappenduster hier so gut zurück ja leute das war's eigentlich ja das war jetzt ein sehr sehr schnelles video aus versehen aber moment genau das haben wir jetzt hier mit gold geschafft und dann geht es los hier in diesen lost souls trophy championship normales rennen erforderliches auto ausgaben also so nennt sich diese serie und dieser golf 4 gehört zu ausgaben gut ich hatte auch viele ausgaben ob das jetzt damit gemeint war weiß ich nicht preisphysik kein spezieller spezialpreis gut preis 7500 klingt gut rennstreckenlänge 2,64 kilometer drei runden ok werden wir hoffentlich schaffen und ja wenn ihr wollt sehen wir uns im nächsten rennen wieder wenn es euch spaß gemacht habt dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren glöckchen drücken und ich hoffe wir sehen uns bald wieder dankeschön fürs zusehen bis bald bleibt gesund passt auf euch auf ciao